Ich sah, dass du Maria die Federn brachtest. Ich erkenne an, was du für sie tust, aber du musst den Fakten ins Auge sehen. Es funktioniert nicht. Vielleicht solltest du dich auf Wichtigeres konzentrieren. Ich habe beim Schmied eine neue Waffe für dich machen lassen. Hol sie ab, wann du willst. Es tut mir leid, Herr Zio. Hier gibt es fantastische Metallarbeit. Hier gibt es eine neue Waffe für dich, Herr Zio. Das sollte es tun und kommt bald wieder. Oft. Die Schäfchen des Herrn.